so leute herzlich willkommen zum nächsten guide und zwar heute kümmern wir uns mal um die aussichtspunkte die ihr auch braucht für das copendium deswegen gehen wir einfach 1 bis 3 8 1 und dann werde ich einfach zeigen wo sie sind weil manchmal läuft man einfach vorbei und findet sie nicht direkt oder manchmal sind sie distanziert wo man einfach nichts looten kann und dann das zweite mal auch noch mal laufen muss also den ersten habt ihr direkt hier in dem kessel in brighton da habt ihr auch dann das erste wird euch durch die questing geführt so den nächsten haben wir in dem nächsten gebiet draußen und zwar ist dieser in dem portal von von fleona ebenen da könnt ihr importen oder hin reisen durch den normalen weg oder port durch direkt hin so wie ich jetzt zum beispiel wir gehen einfach ein nach dem anderen in der reihe ab das geht am schnellsten und somit könnt ihr dann halt auch dann einfach selber importen also aufsatteln der zweite aussichtspunkt den ihr sucht der ist hier hinten easy go hier macht einfach die monster schnell platt dass euch nicht nerven drückt drauf und schon habt ihr den nächsten aussichtspunkt ne karte ist hier der zweite ist da so gehen wir mal zum dritten der dritte der ist ein bisschen umständlich reinzukommen weil dort ist am anfang eine instanzierte quest das heißt ihr könnt dort den loot nicht machen diese instanzierte quest wird startet nämlich hier unten und da oben ist der dritte deswegen müsst ihr nochmal dahin laufen um diesen punkt zu erreichen und auch das zu looten das halt leider ein bisschen tricky ich wurde schon angefragt ob ich noch mehr videos bringen können für die sammlerstücke also wie gesagt ich mache jedes gebiet einmal komplett mit euch durch erkläre ich wo ihr die kochrezepte herkriegt ich erkläre euch wie das funktioniert dass ihr das nicht mal gleich bluten müsst ich zeige euch die instanzen die ich geschafft habe und die monokosamen die ich gefunden haben habe also die mokokosamen das war mal einfach nach und nach und dann werden wir auch schnell rausfinden wie das alles geht weil ich finde das einfach cool dass so auf dieses alles zu erfinden und so jeden zu zeigen weil manche sind wirklich sehr tricky und schwer hier kann man übrigens sehr gut die sammlerstücke machen weil hier viele mobs sind das heißt ihr geht runter klatsch viele meist haben die baditen sogar was anderes dabei jetzt in dem fall nicht schade was ich jetzt meinte war jetzt das hier wartet also hier hinten kann man zum beispiel sehr gut die sachen fahren das habe ich am anderen video schon erklärt dass die ersten gebiete die ersten zwei beinhalten und danach die das nächste gebiet die nächsten zwei und das letzte gebiet wo rodrig der boslauer da gibt es dann auch noch welche so hier ist das dritte somit haben wir das auch jetzt kommen schnell zum vierten der ist auch in der nähe also hier ist der dritte der aber nur nach der instanzierten questreihe möglich ist zu erreichen das heißt ihr müsst da noch mal hochlaufen nachdem ihr die questreihe gemacht habt dann gehen wir mal schnell zu punkt 4 da läuft ihr einfach wieder über mount oder wenn ihr nicht porten könnt reitet ihr dahin und zwar das ist hier zu finden auf der brücke da findet ihr den vierten punkt der ist hier kann ich nur empfehlen damit habt ihr das auch gefunden so mal karte mal gucken auf der karte bei mir wo ich jetzt noch den letzten markiert habe ach shit das war jetzt quatsch wir suchen ja noch punkt 4 moment muss selber gerade auf meine markierung achten habe ich alle ach so genau wir haben dann den da oben dann der fünfte der ist wie gesagt ich habe ja ein bisschen aufgeschrieben weil das wirklich schwer ist manchmal zu finden weil du kannst das leider nicht markieren im spiel hier ist nämlich dann der fünfte den findet ihr hier also der vierte ist hier auf der brücke der fünfte ist gleich direkt daneben somit wisst ihr halt dann wo ihr hin müsst dann porten wir uns nach angulmosberg da geht es nämlich dann weiter und dann porten wir uns direkt zu dem grenzwart da geht es nämlich dann direkt zunächst zum sechster punkt ich kürze es ein bisschen ab ihr müsst dann durchlaufen und durchquesten und ich kann es euch nicht oft genug sagen bitte macht die nebenquests ihr braucht die sowieso für das erfolgskorpendium und ja also wir sind jetzt hier in dem berg laufen einfach darunter und der sechste aussichtspunkt befindet sich hier hinten da ist der sechste und zwar da so zurück da kommen wir zum letzten gebiet zu der redmars grenze das von neben von red mal dazu gehört und hier gibt es auch noch welche und zwar zwei stück wenn gerade nur überlegen kann man gleich direkt hierhin genau also bitteschön hier habt ihr dann den punkt sieben den kriegt ihr automatisch also den kann man nicht verfehlen das ist ja formatisch hier wer kommt mit der questreihe automatisch hin und der punkt acht der ist ein bisschen außerhalb und zwar auch beim friedhof bei rodrig wo er der world boss ist da habe ich auch schon ein guide rein gemacht wie ihr den am besten verhindern könnt und dass ihr das am besten macht wenn ihr den server kanal wechselt schnell durchflitzen schnell durchflitzen so und zwar der ist dahinter der statu der letzte und somit haben wir alle gefunden und das copenium wäre in dem punkt dann mit diesen ganzen vollständig weiter geht es natürlich mit den mit dem geschichten hier da habe ich ja schon den ersten und das mit der katze habe ich ja auch schon gezeigt und die sonnenblume und ich werde die anderen drei auch noch zeigen die anderen vier so bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns so